So, guten Morgen, willkommen zurück zu Forsaken, Forsaken, was ist denn, was der Ingennoob ist, passt, wie lernt man deutsch? Wir machen gleich auf der einfachsten Spielstufe weiter in, äh, Atomkraftwerk, hey, ich hab nicht den Charakter gewechselt, nein. Und der Fini hat mir irgendwelche deutschen Dateien geschickt, die wahrscheinlich nicht funktionieren werden, aber was soll's? Oh nein, sie funktionieren, oh mein Gott, wir werden alle sterben. Okay, sie funktionieren. Ich verstehe sie jetzt sogar mal, was sie sagen. Ich hab doch den falschen Fahrer, oder? Das war jetzt sehr clever, äh, sehr clever. Ich wusste, ich hab den falschen Fahrer. Warum hab ich den falschen Fahrer? Ja, da bringt's jetzt die deutschen Texte ein, so richtig, apropos richtig, nein. Habe ich Audio? Okay, noch lauter wird's nicht mehr. Was hast du gesagt? Ich hör dich nicht! Du bist zu laut! Und ich huste erst mal ganz toll rein, weil das... es bringt Glück! Voll reinhusten, ne? Vor allem mit einer... mit einer großen Kanone. Äh, ich hab den Fahrer doch gewechselt, oder? Ich hab was falsch gemacht. Wo kommst du denn her? Soll es doch noch gar nicht sein, du kommst doch erst später, oder? Vielleicht. Äh, das ist doch der falsche Fahrer. Äh, nö. Passt zwar so gar nicht dazu, aber passt schon. Nein, echt? Ja, jetzt geht die Tür wieder zwei Stunden lang nicht auf. Guck mal, die verschlossene Tür, ist es nicht spannend, sie anzuschauen? So spannend! Oh, guck mal, Energiekugeln. Warum ist das nicht da? Ui, warum kommt da ein Panzer rausgefahren, der auf mich schießen darf? Das geht doch so nicht. Ach, Schutzschild, ich hab Hülle. Also, theoretisch hab ich Hülle, ne? Hä, wo wechselt sie? Ist das ein Verarschenspiel? Ja, die Frage hat sich dann grad erledigt. Ich hab natürlich jetzt wieder die Anfängerüberwaffe. Was für Dingsbums? Keine Ahnung. Ich bin mit anderen Dingen, als mit Zuhören beschäftigt. Moment, ich muss hier mal kurz Options... Ja, man kann die Steuerung hier nicht einstellen. Ähm... Ähm... Sehr schön! Oh, vielleicht mal hier. Äh... Joystick hab ich doch oft gemacht. Äh... Ich hab so viel Auswahl. Ja... Gut, damit hätten wir das Thema durch, wie ich die Waffen wechsle. Ich kann bloß die SOS auswählen und die Raketen. Also, wenn ich welche hätte. Also, hier nicht habe ich gerade im Moment. Sehr schön! Ach, Schutzschild wird eh völlig überbewertet. Jetzt hat sich mein Schutzschild, äh, meine Hull auch aufgelöst. Und... Ah, was war das denn? Äh, was ist das? Irgendwelches Klinkels hoffe ich mal, dass das kein Feind ist. Mensch, ich bin hier noch beschäftigt. Ach, auf! Was ist das denn? Jetzt weiß ich, wo die Waffe liegt. Ja, so beschissen kann man die Steuerung ja auch schon mal legen, ne? Wenn man jetzt auf des Dingsbums vor der Eins macht, äh... Das fällt mir der Name gerade nicht ein. Ja, toll. Die deutschen... Texte rein, bringen es voll, ich bin tot. Zum Glück habe ich noch ein paar Leben. Und da kommt immer wieder ein Panzer. Kein, das Ding ja unten nicht in die Luft jagen, dass da nichts mehr rauskommt. Ey, süße, ich jage jetzt ein Loch mal so richtig in die Luft. So, eher ein Gürtel, du. Kann Munition. Mock. Oh, mit Dingsbums. Ah, okay. Ah, ich muss drauf. Was ist das? Ich habe doch schon die neueste Fret-Session, wo dieser Bug behebend sein sollte, technisch. Da habe ich auch keine Lust, dass es nochmal ewig... Das liegt auch hier an der Festplatte. Ich habe alles extra gelöscht. Ich habe da... Ich glaube 99% frei oder so. Äh, was? Oh! Ah, die Fresse. Das nervt jetzt schon. Ich finde auch diese Vanillator-Grafik so wunderbar, echt. Also, das muss man erst mal machen, ne? Also, trefft den, glaube ich, gar nicht. Ich schieße mit der Schottflinte aus einem halben Millimeter Entfernung vorbei. Er ist voll drauf. Schottschild. Yeah, ich habe eine Restart-Position aktiv fartet mal wieder. Nee, die Gegenstelle kennen wir noch gar nicht. Und Dämon ist der Meinung, ich sollte eine leichtere Stufe nehmen. Puh. Ich bin doch kein Ace-Nope wie er. PS, schau dir endlich die 2000er an, weil ich es dir befehle. Oder ich mache kein einziges Versacken-Video mehr. Äh, nicht so hoch. Wir wollen tief runter. Yeah, ich gehe voll ab. Ich gehe voll ab auf der leistischen Schwierigkeitsstufe. Total. Mein Hemd. Mein Hemd. Mein Hemd. Mein Hemd, ja. Wo ist denn die Däusen? Was habe ich auch? Ich habe zehnmal Solaris. Wo bin ich denn hier her? Habe ich gefunden. Arsch deiner Mutter, ey. Ach, schottschild. Wozu? Ich habe doch noch drei Hull. Das reicht doch völlig aus. Die Dinger sind... Warum kann ich nicht so Zielerfassungsdinger haben? Nee. Jetzt lande ich gleich wieder. Ach nein, ich lande jetzt da. Richtig, 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 richtig. Gibt es wahrscheinlich irgendwas Besseres wie Solaris? Titan? Die du nicht mehr bekommst? Ich muss mal drauf gucken, dass die Taste auch noch belegt ist. Der kommt auf so eine Scheiß-Tastenbelegung. Wo konnte ich die nochmal ändern? Ich konnte die irgendwo ändern. Nö. Ich belüste hier nur einen. Ich habe ein Schutzschild. So, dann machen wir auf hier. So. Noch vier Schalter-Rings. Schalter-Rings-Bombs. Oh. Je, Mensch. Habe ich keinen Strahlenschutzeanzug? Wo ist der Strahlenschutzanzug aus Doom, wenn man ihn mal braucht? Der liegt in der Waschmaschine. Oh, die hatte ich ja ganz vergessen. Richtig, da war ja was. So, machen wir die gleich mal platt. Und das, die machen wir auch gleich mal platt. Haha. Schön, wie ich die eine Solaris völlig sinnfrei in den Raum geblasen habe. Hey Süße, willst du mal sehen, wie ich meine Solaris blase? Oder ist das ähnlich? Na? Ist er tot? Er ist tot. Hey. Hey, was soll das? So, ich fliege es mal ein Stück zurück. Und... Nein, noch nicht. Noch mal zwei. Immer noch nicht. Noch mal zwei. Na doch nicht. Ist halt nicht so hartnäckig. Jetzt gehen wir langsam in die Mucks aus. Was du kannst. Das ist jetzt so nutzlos, ihr dummer Raketen. Ja, jetzt passiert natürlich genau das, was ich verhindern wollte. Ach, ich hab doch mehr Schutzschilde. Oh, was ist denn das? Ach ja, fick dich. Das war doch bei der ersten Aufnahme auch nicht. Angeblich ist es doch mit Fraps, dieser eine Bug behoben worden, dass es eventuell möglicherweise an Fraps lag. Was ist das? Ich will es wissen. Ich will es wissen. Ich brauch kein Schutzschild. Ich hab Hull. Oh Gott. Ist das nicht eine atombeschleunigte Waffe? Es ist schön, wenn es ist einer von euch. Ich hab keine Panzerung. Ich hab wieder mal nur Papier um mich herum. Wie in jedem Spiel. Wie in diesem schon. Die sind zwei. Da hab ich auch nur Papier. Oh, was ist das? Ich hab das in keinem anderen Spiel. Nur hier. Und ich brauch keine Munition. Ich hab so viel Munition. Ich brauch nicht noch mehr. Keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch an der Level. Vielleicht liegt es auch an der Level. An der Level. An der Level. Könnte natürlich auch sein. Ich fand das Spiel schon immer scheiße. Wie ich ihn ausgeglichen bin. Oh, ich hab Muck ausgewählt. Weil ich keine Solaris mehr hab. Wunderbar. Jetzt bin ich tot. Oh. Ich bin gar am Ober. Schön. Geht ganz schnell das Spiel. Hat auch nur zwölf Level. Und das behaupte ich einfach. Ich hab's gesagt. Ich hab gesagt, dass der Sünfte bloß ein Level hat. Obwohl ich's gar nicht hab. Ich bin der Film. Ich bin scheiße. So. Wer es mit gibt, noch mal richtige Waffen. Nee, keine Ahnung. Irgendwas Atombetriebenes. Ein Atombetriebenes. Ein Untergangstodeslaser. Ein Vernichtende Akkalypse oder so. Stirb. Wie ich die vernichtet habe. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und da ist es schon vorbei. Tatada. Jawohl, wo ist Stress? Was? Ich geh nicht so richtig. Injunition. Ah, Fick dich. Fick dich. Fick dich und deine Mutter. Du musst so ein Spiel. Yeah. Volle Kanone. Äh, oder so. Wir nehmen noch ein bisschen Schild mit. Ja, ja, ja. Töten noch ein bisschen was. Schießen das auf, weil... Weil halt, ne? Ach, ja. Ich habe hier eine Solaris. Ui. Ah. Breakdance. Full Power Level. Ich bin full. Damit meine ich vorwiegend meinen Kegel. Also Alkoholkegel. Nicht meinen Benzin-Fullstand. Benzin. Genau. Ich tanke mein Raumschiff mit Benzin. Weil... Wegen Lag. Ruckel. Was auch immer. Weiß nicht, woran es liegt. Sagen wir einfach, es ist Delfinus schuld. Der ist eh jemanden allem schuld. Von daher... Passt es schon. Diese Raketen irgendwie gar nichts bringen. Also nicht so wirklich, ne? Munizio. Munizio. Ach, halt die Fresse. Ich habe mein Ziel gar nicht erfasst. Ich schieße voll vorbei. Ich habe hier eine Zielerfassung. Und wozu höre ich da jetzt schon der Flieger fliegen? Ohne Flieger fliegen! Warum bis sonst? Ah. Was zur? Ich spinne's wohl. Was geht los? Ah. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich in der Mutter. Du bist auf einmal da unten. Was soll denn der Scheiß hier? Jetzt kommt der Scheiß Flieger nicht raus. Traut euch. Seid mutig. Ich bin's ja auch nicht. Kommt der jetzt noch oder nicht? Überrasch dich. Da kehrt Wände von hinten. Na, scheiße. Jetzt auf dem Klo. Haufen Weiße. Ich weiß. Wie ich ausgewichen bin. Wie der Gott, der ich nun mal bin. So übereplisch. Über super toll. Lol, 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 lol. Was ist das? Ganz viele Wörter kombinieren. Irgendwas Sinnvolles wird schon dabei rauskommen. Und merkwürdige Geräusche sind auch Wörter. Kinder. Kinderspiel. Noch vier Schalter. Und ich hab noch vier Leben. Halt dir fest. Du musst. da ist es das kanon so böses ding leuchtet grün ist ein diamant die mancher smarags meine ich grün diamant kennt stirbt stirbt ein böse raketenmann ich will jetzt lieber irgendwas lustiges machen kann ich diese n2 noch mal auf in sein durchspiel doch viel lustiger kann ich wenigstens speicher es sterbt doch doch die pulsar jetzt testen wir mal diese die nix da kann und testen jetzt ja ja voll in dein gesicht dein gesicht ist so hässlich das kann ich meine mutter lieben so jetzt fliechen wir zurück wieder push wir nehmen doch dieses piepen von marie einheiten haha wie ich es ausgeglichen ist fick dich was auch immer das ist so gibt's dann lang ach da geht's lang restart position aktiv fahrt hat habe ich die habe ich noch nicht getötet dachte ich hätte ich schon getötet scheinbar nicht wir sind schon tot die existieren gar nicht die bildest du dir nur ein so ist dann noch einer nein den hatte ich schon getötet gut fliegen wir rechts im rechten tunnel in echter deutscher sind das solaris das sind solaris die nicht so wirklich was taugen wollen ich habe schutzschild wovon weiß ich ja gar nix fick dich warum das war doch vorher auch nicht ich habe keine panzerung ich habe nur papier dass mein schiff umgibt und mich ich kann mein tagebuch draufschreiben das ist doch was schönes jetzt haben wir schon das kackgold rein wir geben mir nicht schutzschild ich werde am panzer fahren aber da ist er es draußen was ist das ich weiß nur dass es der finos schuld ist was war das andere ich habe keine ahnung ich habe nichts anderes mehr es ist aber schön ja wunderbar ich bin immer noch da immer noch mit 4 leben Mann bin ich gut Gott wir halt was taugen würden wäre das eine schöne Sache das tun sie nicht so wirklich weil es immer noch besser ist als alle anderen Lacketen herab von den Trümmer es gibt hier Trümmer die von oben herabfallen wisst ihr das? oder sterb sterb haben wir halt die munition auf menschen die raketen hebe ich immer noch nicht auf weil in dem fass was drin nicht darauf schießen da war nicht extrem wenn ich mich richtig erinnere und da positionen so ich muss jetzt ich muss jetzt da unten drin sicherheitshalber zu ja ich dass man die luft für den fall ist außerdem darüber fliegt und was mir schutzschild gibt auch ja ich spiele wieder warum auch immer keine ahnung warum das jetzt ist ach das will ich wo so brennt jawohl ein orbit kugel links bums ja richtig ja es sind viel zu wenige also ich weiß nicht was soll man die zahl vielleicht noch für zehn fachen die man da kriegt oder dann wäre das sogar ganz interessant aber so und stirbt man ist denn dank du stirbst jetzt auch wieder mal die letzte rakete war sinnfrei darunter musste ich ja glaube ich nicht ich will auch gar nicht runter glaube ich so tschüss da rein komme ich gar nicht oder musste ich darunter nein darunter musste ich definitiv nicht habe ich gerade beschlossen also einhundertprozentig sicher bin ich mir dass ich da nicht runter muss so schön mal den turm da wegblasen gute frage warum ich das nicht beim letzten mal so gemacht habe weil da bin ich glaube ich total panisch und hergeflogen wenn ich mich richtig erinnere ich habe noch sieben minuten ich habe keine raketen mehr die ich feststellen darf und das was dann erst mal wo bin ich denn da jetzt da bin ich gut wir haben ja noch sieben minuten nur die billigste und billig waffen und jetzt steht das spiel wieder zum glück steht das spiel komplett und nicht nur ich und die gegner bewegen sich noch wirst du prima sterben bitte stirb jetzt stirb doch das ist ein nitro ich dachte das wäre irgendwie ja mann der hat mich fast schon wieder getötet der Typ was für Schwebemin ja kann ich mir richtig nützlich vorstellen so ganz und gar nicht ich halte lieber der Sass rein da treffe ich sogar was AHHHHH ich dachte da kämmen wir es doch hin vorne hinten technisch ihr wisst schon ne was ich mein ich bleibe auf dem Teilchenstrom wenn ich da drauf bleiben will und nicht wann du mir das sagst dummes Spiel ja bleib wieder stehen weil warum auch immer aber shredded